Hallo, ich bin Ellie Jennings und das ist der sechste Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Wie könnte es anders sein? In diesem Video wird Clemens wieder jede Menge Kinder bekommen. Und viel mehr habe ich an dieser Stelle dann auch nicht zu sagen. Starten wir am besten gleich in den Part hinein. Einer stinkt und der andere nicht. Ja, das stimmt. Unsere stinkt natürlich. Wie könnte es anders sein? Können die jetzt schon Techtelmächteln? Nein. Küss ihm mal die Hände. Knudeln mit ihm. Dann werden wir mal Süßholz raspeln. Oh ja, unsere Kinder sind schlechter in der Schule. Wer hätte damit gerechnet? Dabei schenken wir ihnen doch so viel Aufmerksamkeit. Hätte ich mir nie erwartet. Gut, dann werden wir... Ne, nicht bitte ein Freund zu sein. Ich möchte Techtelmächteln im Schrank Baby machen. Perfekt. Jetzt gehen die beiden im Schrank Baby machen. Juhu! Clemens kennt jetzt die Techtelmächtelinteressen von Clemens. Alles klar. Und er kann einen Schwangerschaftstest machen. Ja, für zwei Essen. Clemens erwartet ein Kind von Clemens. Wow. Rico Kondo findet Clemens Forst klasse und möchte beste Freunde werden. Wer ist denn das? Das ist doch nicht Rico. Hä? War Rico nicht der Dude, mit dem wir ein Kind hatten? Ich verstehe nicht. Achso, Riku. Mit dem haben wir ein Kind. Oh mein Gott. Ich bin so verwirrt. Machen wir mal ein paar Nickerchen. Ja, also die Kinder heißen jetzt Clemens und Klaus und dann Luna oder Luca. Aber Clemens und Klaus ist jetzt wichtiger, weil es sind die Kinder von Clemens und Clemens. Oh, heute haben wieder Leute Geburtstag. Was? Wer hat heute Geburtstag? Oh, die Fünfflinge ziehen heute aus. Ja, perfekt. Dann gehen wir wieder nach Hause. Wie immer haben jetzt hunderte unserer Kinder Geburtstag. Als erstes haben wir mal die Teenager, oder? Wer ist denn das? Das ist Lea, Selino, Bärbelus, Bärbelus. Ja, die Fünfflinge, oder? Dann beginnen wir mit dir. Du pust die Kerzen aus. Dann pustest du die Kerzen aus. Wie habe ich mir eigentlich gedacht, dass acht Babys pro Stunde realistisch sind? Bärbelus, der Zweite hat jetzt Geburtstag. Er ist eifersüchtig. Er ist also, ja, okay, ein Öko-Fanatiker, kindisch und eifersüchtig. Das ist eine seltsame Kombi. Ja, er möchte ganz einfach herrlich reich werden. Perfekt. Ja. Das heißt, Bärbelus, der Zweite, ist jetzt ein Erwachsener. Das heißt, er kann ausziehen. Ausfamilie entfernen. Der ist jetzt weg. Du fügst da jetzt mal Geburtstagskerzen hinzu. Und dann darfst du älter werden. Oh, er macht es schon jetzt. Ja, gut. Er ist älter geworden und... Er ist böse. Und ich gebe ihm einfach das Tierbestreben. Jetzt ist nämlich auch noch unser Bärbelus, der Zweite, älter geworden. Der bekommt einfach Sport. Ich weiß auch nicht, warum. Fragt mich nicht. So. Nein, bitte. Nein. Okay. Fügen wir noch ganz schnell Geburtstagskerzen hinzu. So. Also. Erwachsen geworden ist jetzt. Bärbelus, der Zweite. Ausfamilie entfernen. Und Clotildus. Aus der Familie entfernen. Als nächstes Geburtstag hat normalerweise noch... Oh, sehr viele. Auf jeden Fall mal Selino, Lea... Ach nein, Odin gehört da dazu. Okay. Also, heute hat jetzt noch Geburtstag Selino und Lea. Das machen wir dann als erstes noch schnell. Weil die können auch ausziehen. Selino. Wünsch dir etwas. Und Lea. Ich weiß nicht, wo der jetzt hinrennt. Wünsch dir etwas. Es ist schon alles ein bisschen buggy da. Einfach, weil so viele Sims da sind. Ist irgendwie logisch. Und bald kommen die nächsten schon wieder. Als erstes hat unser Selino Geburtstag. Fügt da gleich mal neue Kerzen hinzu. Und zwar, Selino ist materialistisch. Dann geben wir am besten auch was mit Geld. Er wird Herrenhaus. Wie heißt das? Herrenhaus Baron. Okay. Oh. Lea, nicht Selino. Ist eine Katzenfreundin. Und dann geben wir ihr einfach Tierbestreben. Gut. Lea und Selino. Okay. Und Odin. Du wirst gleich mal überall noch mal Geburtstagskerzen hin tun. Oh. Selino hat das Bestreben schon abgeschlossen, weil er in diesem Haus lebt. Wow. Okay. Ja. Ist natürlich schön für ihn. Freut mich sehr. Und jetzt dürfen die wieder ausziehen. Also Lea und Selino ziehen jetzt aus. Aus Familie entfernen. Aus Familie entfernen. Oh cool. Ja, es sind jetzt alle Kleinkindergeburtstage, die wir besitzen. Und das sind fünf. Wir sitzen. Wow. Aber Clemens wird jetzt schnell mal was essen. Und dann schlafen gehen, weil ich glaube, sein Baby kommt schon wieder bald. Es gibt schon wieder kein Essen hier. Ich verstehe das nicht. Für was haben wir denn? Eine Azaibowl? Okay. Wusste nicht, dass das geht. Und dann gehst du schlafen. Für was haben wir eigentlich? Einen Butler und ein Kindermädchen, wenn niemand Essen macht? So. Odin, du hilfst jetzt deinen Geschwistern. Helfen, Kerzen auszublasen. Wieso kann ich nicht allen fünf helfen? Ach so, die beiden. Das sind ja gar keine Fünflinge. Zwei sind ja schon Kinder. Oh wow. Das überfordert mich einfach. Diese Familie überfordert mich komplett. Du holst das zweite Geschwisterchen. Du holst... Monte. Und Dr. Luftikus. Du holst... Julius. Und dann kommt noch Noël. Und bläst hier selbst die Kerzen aus. Als erstes ist, glaube ich, unser Samur. Ja. Ach, Christo. Okay. Christo ist... gut. Und ich gebe ihm einfach Motorik, weil ich nicht weiß, warum. Und Odin, du kümmerst dich gleich mal überall um die Geburtstagskerzen. Dass ja, niemand ein Stück nimmt. Die Torten brauchen wir nämlich definitiv noch. Und Noël ist kreativ. Dann gebe ich ihr einfach das Kreativbestreben. Sie möchte Schauspielerin werden. Und dann fügst du hier auch noch Kerzen hinzu. Äh, okay. Julius ist unberechenbar. Und er ist ein Liebling der Massen. Samur ist noch dran. Perfektionist. Und dann gebe ich ihm einfach Mental. Und Samur, du kannst dir jetzt hier etwas wünschen. Er ist ein Vielfraß- und Laktoseintolerant. Ja, damit kriegt er auch ein Essensbestreben. Er wird Meistermixer. Dann fügen wir hier noch Kerzen hinzu. Jetzt haben tatsächlich alle Geburtstag, die heute Geburtstag haben, oder? Hat heute noch wer Geburtstag? Nein. Morgen auch nicht mehr? Ja, gut. Dann haben wir... Morgen ist auch nichts. Und dann ist Montag. Also können wir wieder die Zeit ein bisschen nach vorausspulen, unter Anführungszeichen. Denn jetzt kommen die Babys. Also, oder das Baby. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind. Aber ich gehe einfach schon mal davon aus, dass es mehr als eines ist. Ein Junge. Perfekt. Dann ist das unser Clemens, der Zweite. Und dann... Noch ein Junge. Dann ist das der Klaus. Und dann... Okay, Zwillinge. Naja, ist okay. Perfekt. Dann lass mal deine Kinder wieder älter werden. Und dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder weg und machen ein neues Baby. Clemens hat Clemens 2 ein Geschenk geschickt. Es ist so eine Clemens Inception. Wahnsinn. Was mir übrigens aufgefallen ist, was ich ein bisschen komisch finde. Wir müssen nur voll selten Rechnungen bezahlen, oder? Wie oft muss man denn in Sims Rechnungen bezahlen? Mir kommt vor, wir haben jetzt erst einmal Rechnungen bezahlt und wir leben schon voll lang da. Ach, genau. Zwei Babys haben wir bekommen. Das heißt, wir haben 20. Yay! Einmal die Woche kommen Rechnungen. So selten? Mir kommt vor, bei meinen anderen Let's Plays kommen die viel öfter. Und Klaus ist neugierig. Perfekt. Liebe Babys. Juhu, ja, wir haben neue Babys und sie sind so süß. Hat heute noch wer Geburtstag? Morgen haben dann die kleinen Geburtstag und übermorgen wieder sehr, sehr viele. Ja, Clemens, du weißt, was das heißt? Wir gehen Babys machen. Jedmal wieder zu unserem Favorite Spot. Dort werden wir was essen und schlafen. Und vielleicht treffen wir dann, ja, irgendjemanden. Mit dem haben wir noch keine Kinder, oder? Mit ihm ran. Ja. Dann gehen wir mit dem jetzt einfach dorthin. Äh, schmeicheln wir ihn mal. Vielleicht möchte er ja mit uns Techtelmächteln. Küss seine Hände. Ähm, können wir das schnell machen? Flirt mit ihm? Ich weiß, dass du Hunger hast. Ersten Kuss erleben. Perfekt. Wo möchte der immer hingehen? Bleib da. Alles küssen. Schnell, mit dem müssen wir jetzt noch schnell Techtelmächteln. Oh, was passiert da? Ach so, es ist Silvester. Upsi. Ja, so die Feiertage, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Die Feiertage sind nicht so erfolgreich in dem Let's Play jetzt. Also, Let's Play ist ja kein Let's Play. Ich bin froh, wenn ich aus der Familie wieder draußen bin. Gut, dann macht jetzt schnell ein Baby. Oh nein, es ist schon wieder eingeschlafen. Clemens. Nein, und jetzt ist er weg. Dann stell dich mal vor bei ihm. Stell dich vor, habe ich gesagt. Perfekt, dann wird vielleicht doch das der Nächste. Wir türen ihn gleich mal. Dann können wir flirten. Ich hoffe, seine Frau kommt jetzt nicht rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Frau hat. Dann werden wir ihm ein Kompliment übers Aussehen machen. Tag, Tag. Ich hasse es, wenn sich andere Sims ins Gespräch einmischen. Die ist jetzt nämlich einfach auch kokett, obwohl sie nichts mit unserem Gespräch zu tun hat. Aber sie mischt sich einfach ein. Deswegen gehst du jetzt nach Hause und du gehst auch nach Hause. Das finde ich auch immer so nervig, wenn ich fürs Intro Sachen aufnehme. Also jetzt für die 100 Baby Challenge Intros. Und dann kommen einfach immer Leute her, die sich ins Gespräch einmischen. Und das ist so unfassbar nervig, weil dann musst du die wieder wegschicken. Dann musst du die ganze Animation neu starten. Ja. Das würde ich gerne ausstellen. Ich möchte niemals, dass fremde Leute sich einmischen. Das interessiert mich nicht. Die sollen bleiben, wo sie wollen. Dann besteht ja immer die Liebe. Weil es ist natürlich wieder ganz was Ernstes. Sie kennen sich ja schon unheimlich lang. Natürlich. Jetzt mögen die sich nicht mehr. Ach doch. Oh, was war denn das für eine Stimmung? Steht er jetzt auf uns? Kiyoshi? Oh, Kiyoshi ist verknallt. Ist das süß. Dann flirten wir nochmal. Warum geht denn das so langsam? Und wer ist da schon wieder im Gespräch? Oh. Ist das seine Frau? Da steht doch, die hat keinen Partner. Ja, okay. Geh wieder nach Hause. Aber anscheinend hatten die schon eine flirty Beziehung. Weil sonst würde die uns ja nicht auf einmal hassen. Ersten Kuss erleben. Perfekt. Clemens ist so ein cooler Charakter. Er steht da einfach in seiner Unterwäsche. Geh wieder nach Hause. Wir möchten dich nicht da haben. Hä? Habe ich jetzt einen falschen nach Hause geschickt? Nein, 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 nein. Ja, Söp. Bimbus. Im Ran, komm du nochmal her. Er schläft. Ja, ich glaube, ich habe da was eingestellt, weil jetzt sind auch die Männer auf einmal schwanger. Ja gut, schön. Ähm, irgendwie will keiner mehr mit uns Techtel mächteln. Das ist ein bisschen belastend. Heute müssen doch Klaus, Clemens und Julius Geburtstag haben. Ja gut. Dann isst er jetzt das noch schnell. Dann gehen wir nach Hause. Feiern mit dem kleinen Geburtstag. Und dann müssen wir wieder einen Tag abwarten. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Ich meine, es haben ja eigentlich eh mehrere dann morgen noch Geburtstag. Vielleicht bleiben wir dann doch gleich bis morgen zu Hause. Ja, das sehen wir dann. Genau. Klaus und dann die zwei, weil die haben eigentlich am gleichen Tag Geburtstag. Deswegen verstehe ich es nicht. Klaus, Julius und Clemens der Zweite haben heute Geburtstag. Also. Dann geben wir, upsie, 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 mal drei Torten nach draußen. Oh mein Gott, seht ihr, wie das alles schon laggy ist? Oh Gott. So. Dann hilfst du jetzt mal, die Kerzen auszublasen. Clemens. Und dann Klaus. Und wieso geht das beim dritten nicht? Bei unserem dritten Kind? Clemens, Klaus und Julius. Julius, wieso kann ich... Julius ist schon ein Kind? Ach, das waren nur Zwillinge. Wait. Wer hat heute Geburtstag? Ja, Klaus. Clemens und Klaus. Stimmt. Das waren nur Zwillinge. Gut. Dann haben die beiden heute Geburtstag und morgen haben eben die anderen Geburtstag. Dann kommt das wieder rein. Soraya. Oh, das ist ein schöner Name. Und wie ist das männliche Äquivalent wieder? Sorayo? Sorayus? Soray? Okay. Das war unser Clemens der Zweite. Wo haben wir denn? Gute Frage. Ja. Ich stelle nur gute Fragen. Die Katze ist so süß. Oh ja. Da ist sie auch schon wieder. Und jetzt ist sie wieder. Hm. Die Torte an. Naja, dass die Katze noch immer da ist, verstehe ich nicht. Also sie ist ja schon mal weggelaufen. Aber wenn ich die Katze wäre, wäre ich noch mal weggelaufen. Oh nein. Wenn die Katze das an ist. Och. Kann man das nicht benutzen? Zwaro vielleicht. Wie Zwaro. Stimmt. Dann hilf mal. Klaus, die Kerzen auszublasen. Und das gebe ich wieder rein. Gut. Und einmal speichere ich noch. Weil ich sehr Angst habe, dass mein Spiel abschmiert. Was wünscht er sich hier? Die dahingeschiedenen Betrauern. Ach so, weil er düster ist. Ich dachte, weil er jemanden verloren hat, den er gerne mochte. Aber anscheinend nicht. Nur weil er düster ist. Gut. Dann müssen wir noch einen Tag durchspielen. Und warum haben denn alle so durcheinander Geburtstag? Ach, da haben dann die Zwiel... Ach so. Gut. Weil der Zweite der Zwillinge erst jetzt Geburtstag hat. Und füge wieder Geburtstagskerzen hinzu. Ups. Da haben wir jetzt die Torte in der Hand. Er ist ein Geek. Geek hatten wir noch gar keinen. Dann machen wir ihn doch schlau. Ein schlauer Geek. Dann hat U den jetzt Geburtstag. Und er ist erwachsen. Er ist Vegetarier. Düster, Snob und Vegetarier. Keine Ahnung. Wir geben ihm... Zauberkunst und Hexerei. Dann können wir hier wieder Kerzen hinzufügen. Und dann schmeißen wir ihn aber raus. Und zwar aus Familie Entfernern. Perfekt. Und jetzt kommt unsere Misty wieder nach Hause. Und jetzt wird auch sie sich etwas wünschen. Jetzt wird unsere Misty Go-Go erwachsen. Behen haben eingesetzt. Okay. Gut. Lulu ist älter geworden. So viel auf einmal. Ich lasse jetzt erstmal die Erwachsenen alle Geburtstag haben. Alle nach der Reihe. Wobei... Dr. Luftikus kann eigentlich auch schon nach Hause kommen und sich etwas wünschen. Misty Go-Go wird jetzt erwachsen. Sie ist ein Genie. Genie, Laktoseintolerant. Ja, dann machen wir bei dir auch was mit Wissen. Ja, du wirst ein Nerdieren. Und dann kommt auch noch Plumbob nach Hause. Und er wird sich dann auch die Kerzen auspusten. Füge hier nochmal Geburtstagskerzen hinzu. Und dann werfen wir dich aus der Familie raus. Gut. Plumbob ist älter geworden. Die Wehen haben eingesetzt. Ja. Stella, ich weiß. Aber wir müssen zuerst die Erwachsenen werden lassen. Gut. Kommt einfach das, warum auch immer. Dann fügst du da nochmal überall Kerzen hinzu. Dann wirst du ausziehen. Och, das ist so stressig. Dr. Luftikus bekommt erfolgreiche Abstammung. Gut. Fügt da die Kerzen hinzu. Clemens kann auch ohne Zutun die Babys bekommen. Hä? Verstehe ich nicht. Gut. Mich stresst das alles sonst zu sehr. Gut. Dann aus Familie entfernen, aus Familie entfernen. Gleich bin ich soweit. Das kommt in den Kühlschrank. Falls du ihn nicht zur Wiege bringst. Ach so. Nee, nee. Das wird schon. Gut. Jetzt haben wir das erledigt. Jetzt werde ich nochmal das Glücksrad drehen. Weil wer weiß. Vielleicht kommt ja heraus, dass unser nächstes Kind wieder Bärbeldus heißt. Kann ja sein. Wissen wir ja nicht. Gut. Ähm. So. Ja, man merkt echt schon. Mein Gehirn ist durcheinander. Wie viele Bärbeldusse haben wir jetzt schon? Drei, oder? Ich glaube, wir haben drei. Yay. Haben wir drei? Ähm. Bärbeldus zwei? Bärbeldus drei? Oh no. Ist doch super. Noch ein Bärbeldus. Das war aber drei. Drei haben wir, oder? Ähm. Ja. Dann kommen wir jetzt Bärbeldus vier. Wir hatten ja schon lange keinen Bärbeldus mehr. Ja, ich finde auch. Wir hatten schon viel zu lange keinen Bärbeldus mehr. Gut. Bin schon sehr gespannt, wie viele Babys jetzt dabei herauskommen. Clemens, es ist Zeit, Babys zu bekommen. Clemens bekommt ein Baby. Ein Mädchen. Einen weiblichen Bärbeldus. Bärbeldus. So geht vier, oder? Ja. 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 Seht ihr? Ich bin echt schon müde. Bärbeldus vier. Dann haben wir natürlich noch Mädchen. Da hat sich die Celine Luna gewünscht. Das machen wir jetzt natürlich. Ähm. Bärbeldus vier. Dann haben wir noch eine Luna. Oh. Noch ein Mädchen. Ähm. Wir brauchen Namen, liebe Leute. Schreibt mir Namen in den Chat. Ähm. Artie. Okay. Nächstes Kind heißt Artie. So viele Namen. Stimmt. Soraya. Oh Gott. Soraya war vorher. Gut. Soraya hat Serena schon vorher geschrieben. Dann heißt es jetzt Soraya. Vielleicht bekommen wir... Ja. Wir bekommen noch eins. Artie. Ja gut. Dann nenne ich den jetzt Artie. Ich finde, Artie kann auch ein Männername sein, oder? Sagt man das nicht... Ich weiß nicht. Egal. Artie. Noch einer? Wann ist es jetzt schon wieder fünf? Wir sind schon wieder fünf, oder? Welcher Name geht noch als Männername? Laurin geht als Männername. Laurin. Äh. Ja. Fünflinge. Wow. Aber zumindest haben wir jetzt 21, 23, 23. 24, 24, 25. Immerhin haben wir jetzt 25 Babys. Ist schon so... Der hat aber auch viele Kinder, oder? Der gute Kiyoshi. Ja, hallo. Der kommt auch gut herum. Kiyoshi Ito. Kiyoshi Ito. Dann lässt du dir jetzt mal alle älter werden. Alle älter werden. Dann haben noch andere Kinder von dir Geburtstag. Was tust du jetzt? Sich wärmen? Nein. Oh, dir ist sehr kalt. Ja, du darfst dir was anziehen tatsächlich. Du darfst dir tatsächlich was anziehen. Gut. Okay. Dann lassen wir die jetzt alle mal älter werden. Und dann haben auch noch ein paar Kinder Geburtstag. Ich weiß gerade nicht mehr welche, aber irgendwelche Kinder haben heute noch Geburtstag. Oh, wow. Unsere Soraya. Sie ist engelsgleich. Sehr, sehr süß. Oh, jetzt hab ich irgendeinen Geburtstag weggedrückt. Schade. Wer ist denn Moritz? Warum schickt ihr Moritz ein Geschenk? Ich kenne keinen Moritz. Jetzt hat Laurin Geburtstag. Er ist unabhängig. Sehr, sehr cool. So viele Geschenke. Und Luna. Ach ja, ich hab schon voll vergessen, dass wir ein Kind Luna genannt haben. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. Also, anhänglich. Sehr gut. Wow. Und die sind jetzt alle von der Schule zu Hause und alle haben ein Schulprojekt. Ja, das ist ja schön. Bärbelduss, der vierte, ist jetzt albern. Okay. Und Archie ist jetzt engelsgleich. Gut. Huh. Das war anstrengend. Clemens, geh auf die Toilette und dann gehst du schlafen. Und jetzt haben noch ein paar andere Kinder von dir Geburtstag. Geburtstag. Es haben heute noch Loki, Christo, Monte und Julius. Oh, wir haben Lokis Geburtstag auch vergessen. Die zieht dann ja auch aus. Upsi, dupsi. Dann hat jetzt... Nein, wobei. Doch. Loki hat jetzt Geburtstag. Dann hat noch Geburtstag. Wer hat noch heute Geburtstag? Christo, Monte und Julius. Gut, also. Christo. Dann kannst du auch mal die Kerzen auspusten. Und Julius. Monte kommt dann nach dran. Und wer bist du? Samor. Du bleibst gleich mal da. Weil du kannst dann immer die Kerzen nachfüllen. Juhu. Das wird schön. Und gleich Geburtstagskerzen hinzufügen, damit ja niemand ein Stück nimmt. Loki ist fröhlich und... Ja, egal. Sie wird jetzt Sportlerin. Und Christo ist selbstsicher und wird Supervater. Finde ich toll. Gut. Loki kann jetzt gleich mal ausziehen. Was? Sie ist weg. Ich füge Kerzen hinzu. Und auch hier Kerzen hinzu. Warum stinkst denn du so, Julius? Und dann hat noch jemand Geburtstag. Nicht Klaus. Julius. Monte. Monte hat noch Geburtstag. Der kann dann auch gleich sich etwas wünschen. Behältst du eigentlich das Safe-Fall oder lädst du es hoch? Mich würde tatsächlich interessieren, wie die Kinder sich in die Spielwelt integrieren. Ja, ich könnte es eigentlich schon behalten. Wir könnten ja vielleicht mal auch was anderes spielen in dem Spiel. Äh, Safe-Fall. Wäre vielleicht lustig. Und dann könnten wir... Ja. Vielleicht könnten wir auch was anderes spielen. Muss ich noch schauen. Ich meine, das Ding ist halt... Es sind bis jetzt noch alle... Obdachlos. Ich weiß nicht, ob danach was kommt. Ich hoffe sehr. Ich weiß nicht. Also. Jetzt hatten aber alle Geburtstag, oder? Nein. Monte. Monte? Monte? Monte, hab Geburtstag. Wo bist du denn? Och, der lässt sich aber Zeit an seinem Geburtstag. Und jetzt ist auch Monte ein Teenager. Er ist vegetarisch und perfektionistisch. Und ich gebe ihm zielorientiert. Das passt tatsächlich gar nicht so schlecht. Und wieder mal tausend Geschenke. Wie könnte das anders sein? Gut. Dann fügen wir hier nochmal Geburtstagskerzen zu. Und die Katze möchte schon wieder einen Kuchen essen. Ich schau mal, ob schon irgendwas passiert ist mit unseren ältesten Kindern. Wer waren denn unsere ältesten? Ach, da sehen wir alles wunderbar aufgeteilt. Es sind zu viele. Ich meine, es sind schon 25. Das ist eins der ersten, oder? Die Misty. Die hat noch gar nichts. Nee. Die sind auch alle obdachlos. Also bis jetzt haben sie sich noch gar nicht in die Welt integriert, muss man sagen. Gut. Alle Geburtstage überstanden. Für heute zumindest. Morgen gibt es wieder sehr viele. Ist das schön. Ja, Clemens, dann hätte ich gesagt, wir gehen wieder mal wen aufreißen, oder? Was tut man sonst an so einem schönen Tag? Okay, dann schmeicheln wir ihn mal. Bieten ihm eine Rose an. Und küssen seine Hände. Nicht einschlafen, schnell. Du musst ihn küssen. Gut. Dann machen die jetzt ein Baby miteinander. Du machst jetzt einen Schwangerschaftstest. Dann kannst du dir die Hände waschen. Und dann darfst du schlafen. So. Wieder schwanger. Es hat Geburtstag. Ich glaube, alle Kleinen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Kinder. Und drei Kleinkinder. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Haben sieben Leute heute Geburtstag? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, perfekt. Alle kleinen Leute haben heute Geburtstag. Gut. Also, dann alle Kleinen haben mal Geburtstag. Und alle Kinder. Beginnen wir vielleicht mit den Kindern. Und dann Clemens 2 wünscht dir etwas. Klaus Frost wünscht dir etwas. Ach, und dann haben wir schon nur mehr die Babys. Also die Kleinkinder. Äh. Bist du Monta? Du. Gut. Dann hilfst du mal. Bärbeldus Nummer vier. Und natürlich ist die Katze schon wieder da. Und leckt am Kuchen. Wow. Wie könnte es anders sein? Yay. Wir brauchen Verstärkung. Christo, komm du auch mal her. Klaus ist älter geworden und er wird ein Tierfreund. Füge hier mal wieder Geburtstagskerzen hinzu. Er singt einen schönen Song. Die Katze weiß, was gut ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, und jetzt ist auch noch Clemens 2 älter geworden. Er ist böse und liebt die Natur. Ein böses Kind von zwei Weihnachtsmännern. Oh mein Gott, ist das gut. Ich finde, er wird gemeiner Herzensbrecher. Weil das passt einfach gar nicht zu Kindern von... ...dem Weihnachtsmann. Okay. Also, hier hat jetzt Bärbeldus vier Geburtstag. Dann hat hier dann... ...Luna Geburtstag? Ist da Napf, der Katze vielleicht leer? Normal habe ich da einen Zeitschalter. Aber schauen wir dann. Krampus. Ja, definitiv. Hey, du kennst den Krampus? Ich habe letztens gelernt, dass tatsächlich nur Leute in Österreich... ...und in Bayern den Krampus kennen. Und das hat mich verwirrt. In der Schweiz gibt es den Schmutzli? Oh mein Gott. Wirklich jetzt? Heißt der Krampus Schmutzli? Nein, oder? Ja. Die Katze isst einmal schon wieder. Ja, schön. Und jetzt können wir... Schmutzli? Clemens 2 hat sich ein Snowboard geliehen? Okay. Und jetzt kann er auch noch mixen. Oh nein, die Torte ist verdorben. Ihr habt es leider nicht durchgehalten. Wo ist denn eigentlich dieser Sim? Ach, er kommt schon. Okay. Okay, gut. Schmutzli ist ja süß. Ja, es klingt unheimlich süß. Dachtest du am Anfang des Streams, du würdest die Challenge schaffen? Ja. Ich dachte es nicht nur. Ich hätte sehr viel Geld darauf gewettet. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich nicht gewettet habe mit irgendjemandem. Aber man muss halt auch sagen, ich hatte sehr viele Startschwierigkeiten, weil... Ja, warum eigentlich? Och, jetzt kommen auch noch die Wehen. Lauren ist älter geworden. Ach, das hatten wir ja auch noch. Ja, mental. Gut. Es ist ein Mädchen. Das erste Kind ist ein Mädchen. Schmutzli? Äh, okay. Dann nehme ich jetzt aber zuerst Manuela, weil Schmutzli kann auch ein Junge werden. Dann haben wir jetzt mal Manuela. Kommt noch ein Baby? Ja, ein Junge. Perfekt. Schmutzli. So. Zwillinge oder mehr? Noch eins. Mädchen. Wir brauchen noch einen Namen. Also, dann haben wir hier. Manuela. Schmutzli. Schmutzli. Ähm, die waren jetzt alle von... Raul Chopra. Okay. Jennifer. Okay. Jennifer. Kataleya. Oh mein Gott. Wow. Schon... Sind es schon... Sind es schon wieder fünf? Nein, oder? Kann nicht zählen einfach, oder? Ja. Also, wir haben jetzt Schmutzli. Dann hatten wir noch Jennifer. Kataleya. Und dann Sunny. Doch, es sind schon wieder fünf. Wenn das von Anfang an so gewesen wäre. Sunny. Was habe ich verpasst? Wir haben wieder Fünflinge bekommen. Perfekter Zeitpunkt. Oh Gott. Wie viele Kinder sind das? Hatte diesmal irgendwer Fünflinge? Schon wieder nicht, oder? Ihr stimmt nie auf fünf Kinder. Und es werden fast immer fünf Kinder. Leute. Merkt euch das. Also. Die werden jetzt mal alle älter. Schmutzli. Und dieses Baby. Und Jennifer. Und Kataleya. Und dann auch noch dieses Baby, wo ich den Namen gerade nicht sehe. Alle werden älter. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich sperre da ganz kurz die Tür ab. Abschließend für... ...jeden. Weil sonst kommt wieder irgendwer her und will die Kinder versorgen, bevor ich sie Geburtstag machen. Geburtstag haben lasse, so. Schmutzli ist engelsgleich. Oh. Passt sehr gut zu einem Krampus. Kataleya ist heikel. Und Manuela ist engelsgleich. Perfekt. Gut. Noelle ist älter geworden. Sie ist eine Herstellerin. Sie ist zimperlich und kreativ. Sie möchte ihren Seelenverwandten finden. Ja. Dann fügt gleich mal wieder Geburtstagskerzen hinzu. Damit auch Samor älter werden kann. Sehr gut. Samor. Wo ist die Kerzen aus? Und Noelle werfen wir aus der Familie. Also, natürlich werfen wir sie nicht raus. In Wirklichkeit möchte sie natürlich unbedingt ausziehen. Ja. Und Samor wird jetzt erwachsen. Wachsen. Nein! Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Gut. Dann nehmen wir die nächste Torte. Wir haben nur mal eine im Inventar. Wir müssen dringend mehr Torten machen. Wollt ihr die Kerzen aus? Wer bist du? Christo? Christo, du kannst jetzt schön mal eine Torte backen. Du hast am besten gleich zwei. Du bist ja kaum im Haus, also kannst dir ja egal sein, wie groß es ist. Das stimmt. Ich habe mir zuerst ja auch voll Gedanken gemacht, wegen den Betten. Aber in Wirklichkeit, ich weiß ja nicht mal, wo die Kinder schlafen. Ich bin ja nie da. Ähm, Samor ist älter geworden. Böse. Laktose intolerant. Und ein Vielfraß. Und was macht er? Ja, der macht auch was mit Essen. Der wird auch Mixer. Tohle. Wer hat denn jetzt Geburtstag? Kleinkinder. Okay. Ein Kind kommt nach Hause. Christo, du kommst nach Hause. Ja, du schwänzt die Schule. Das ist schon in Ordnung. Das erlaube ich dir. Und dann kümmerst du dich um deine kleinen Geschwister. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, es haben, glaube ich, alle Kleinkinder heute Geburtstag. Nein, nicht Portion nehmen. Ja, nicht Portion nehmen. Helfen, Kerzen auszublasen. Manuela. Dann Schmutzili. Ich lieb's. Und dann Jennifer. Warum war das gerade der Ton, dass irgendein Kind abhaut, aber es haut keins ab? Ach so, braune Henne denkt darüber nach abzuhauen. Verstehe ich, braune Henne. Würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Warum bist du überhaupt noch da? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Beim letzten hast du Portion nehmen geklickt. Okay. Starten wir alles nochmal von vorn. Während einer kurzen Pause entdeckt Julius ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll er es in den Spind einschließen? Oder ist er zum... Okay. Er hat 20 Simoleons verdient. Das Problem ist, ich kann diese Fragen nicht beantworten, weil ich die Sims einfach nicht kenne. Ich weiß nicht, wer wer ist. Ich weiß nicht, wer welche Charakterzüge hat. Und deshalb kann ich das einfach nicht so gut beantworten. Normalerweise mag ich diese Fragen voll gern. So bei der 100 Baby Challenge oder so. Weil da weiß man halt, wie jeder Sim tickt. Und was zu dem passt und was zu dem passt. Aber ich weiß nicht mal die Namen von ihm. Wisst du, was machst du denn eigentlich? Ach so. Der braucht einfach ewig, um das Kind daherzubringen. Könnt ihr bitte aufhören, mich Sachen zu fragen? Das nervt mich. Dann hilfst du Schmutzli. Manuela ist älter und sie ist Tierfreundin. Das ist doch süß. Ach, weil der sich fast anpinkelt. Okay. Weißt du was? Du darfst vorher auf die Toilette gehen. Ich erlaube dir das. Ein Clemens. Du stehst jetzt auf. Dir geht es eigentlich eh voll gut. Wieso habe ich dich ins Bett gesteckt? Ich habe deinen Namen schon öfter im Pub von Finchburg gehört. Komm doch einfach mal vorbei. Oh, okay. Glavina. Alles klar. Was willst du von uns? Und die nächsten Babys haben Geburtstag. Katzelea ist sehr hungrig. Butlerin. Warum fütterst du nicht unser Kind? Ach, das weiß auch niemand, oder? Ja, dann musst du das dann leider machen. Und gib ihr Chips. Boah, jetzt hätte ich gern Chips. Wieso habe ich keine Chips? Jennifer ist fröhlich. Oh, wie süß. Machen wir sie sozial. Und dann füge ich hier gleich mal Geburtstagskerzen hinzu. Christo, was machst denn du eigentlich? Warum bist du so unglaublich langsam? Ja, ich weiß es nicht. Er ist der langsamste Sim der Welt. Dann hat noch Geburtstag. Sunny. Oh. Das ist ja gar nicht Katzelea. Upsi, du Upsi. Katzelea verhungert gleich. In welchem Hochstuhl sitzt du denn? Gut. Ich gebe dir schnell was zu essen. Du armes Kind. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe das irgendwie ein bisschen verkackt. Isst Chips und du hilfst jetzt Sunny, die Kerzen auszublasen. Katzelea darf mal essen, weil die wird uns sonst noch weggenommen. Es ist so stressig. Und ich möchte gern Chips. Wieso habe ich keine Chips? Und dann fügst du hier und hier Geburtstagskerzen hinzu. Schmutzili ist älter geworden. Und er ist ein Chaot. Wow. Passt ja überhaupt nicht gut. Und dann hat noch Sunny Geburtstag. Und sie ist gesellig. Dann geben wir ihr auch das soziale Bestreben. Das passt, glaube ich, sehr gut. Sie ist gut. Und geben ihr einfach Motorik. Perfekt. Okay. Ja, Coadula ist jetzt blöd. Dann nennen wir ihn Coadulo. 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 Ja, warum nicht? Und noch ein Mädchen. Das wird dann die Alessia. Wobei ich... Nein, Vivian. Ich mag Vivian lieber. Vivian. Ich trinke halt zwei Bier, dann schlafe ich im PC-Sessel auch ein. Nein, ich nicht. Und... Und... Alessio. Alexandro. Alexandro. Passt. Gut. Drillinge. Wer hat für Drillinge gesetzt? Also auf Drillinge gesetzt? Was? Wieso ist die denn nicht in der Schule? Was tust du, Kind? Schulwarnung. Ja, warum gehst denn du auch nicht in die Schule? Ach, wow. Oh, wow. Jetzt ist unsere Katze schon da oben. Creepy. Gut. Dann lassen wir mal alle Kinder älter werden. Älter werden. Und älter werden. Wann haben die denn alle Geburtstage Zukunft? Morgen. Also morgen ziehen dann wieder 1, 2, 3 aus. Ja. Das ist doch ganz schön. Und Samstag ziehen die Nächsten aus. Oder ja. Gut. Also am Sonntag haben wir dann wieder 5 weniger. Dann wird es dann Zeit für die nächsten 5 Linge. Oder so. Cordulo ist älter geworden. Er ist ein neugieriges Kind. Ach genau. Ich muss noch in die Liste schreiben. Also wir haben Cordulo. Dann haben wir Vivian, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann noch Alexandro. Und alle sind von diesem Diego. Wie heißt dieser Diego denn mit Nachnamen? Diego Lobo. Endlich mal ein Name, den ich mir mit einmal schreiben merke. Diego Lobo. Stimmt. Danke fürs Erinnern. Ich erhöhe dann gleich mal den Counter. In 1, 2, 3. Babys. Ich glaube, mehr gehen sich tatsächlich in diesem Stream nicht aus. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mit mehr gerechnet. Aber es ist in Ordnung. Also zuerst mal die Erwachsenen. Christo, Monte und Julius. Ihr habt als erstes jetzt Geburtstag. Julius und Monte. Gut. Ihr habt Geburtstag heute. Monte ist als erstes dran. Monte ist älter geworden. Kleptomanisch, vegetarisch und perfektionistisch. Und ja, gut. Geben wir auch ihm Staatsfeind. Staatsfeind. So heißt das Wort. Gut. Nächstes Kind. Da kommt unser... Wer ist das? Christo. Ach so. Und der zählt gleich mal aus. Monte, du bist raus. Aus der Familie. Und jetzt Christo. Christo ist dran. Junge. 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 Gut. Nur noch eine halbe Stunde. Dann hast du es geschafft. Ja. Ich freue mich schon. Ich gebe denen nämlich auch immer nur mehr random Sachen. Ich gebe denen einfach nur mehr... Random... Dinge. Random bestreben. Ich habe keine Ahnung, was ich denen gegeben habe. Oder warum. Gut. Jetzt ist Julius noch dran. Und Christo kann jetzt gleich mal ausziehen. Christo. Aus Familie entfernen. Hä? Julius, du musst doch die Kerzen auspusten. Ich finde es auch toll, dass Lulu immer an den gleichen Torten isst. Schon seit Wochen ernährt sie sich von den gleichen Torten. Aber irgendwie sind die auch nicht gammelig. Deswegen ist das schon okay. Julius ist jetzt auch erwachsen. Und er wird jetzt auch ausziehen. Aus Familie entfernen. Voll. Hä? Hä? Was? Nein, wir haben ein Kind verloren. Alexander wird in Sicherheit gebracht, weil er vernachlässigt wurde. Vielleicht solltest du über einen Goldfisch nachdenken, bevor du dich wieder in älterliche Pflichten stürzt. Was? Über einen Goldfisch nachdenken? Wir haben schon 32 Kinder durchgebracht. Oh. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald.